Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Wir sind gerade im Hotelzimmer, aufgewacht, richtig kaputt geschlafen. Oh, du bist nackt, hallo. Oh, hallo. Man sieht mich da im Spiegel. Ist ja nicht so. Aber einfach spekuliert. Ich bin heute Nacht aufgewacht und hab geschrien oder irgendwas. Ah, du hast irgendwas geträumt von wegen Überfall. Du bist mir jetzt fünfmal im 3 Uhr oder sowas aufgewacht. Ich war ja schon richtig gereizt. Und ich hab auch so einen alten Traum gehabt. Keine Ahnung, was es ist. Es liegt wahrscheinlich daran, dass wir einfach hier nicht ein bisschen gestresst sind, weil wir gerade noch ein bisschen Konzepte und sowas noch bis tief in die Nacht schreiben. Wie spät ist es jetzt? 5 Uhr 30? In 20 Minuten werden wir hier abgeholt, denn heute ist der große Tag. Heute werden wir an einem sehr groß vorbereiteten Set. Ich hab schon Kameras und richtig geile Requisiten und alles gesehen. Die Klamotten, die wir anprobiert haben, das ist heute der Tag und das wird richtig spannend. Deswegen will ich auch gar nicht zu viel sagen, denn ich muss noch ganz schnell duschen. Und dann werden wir hier mit dem Shuttle abgeholt. Ja. Hadi, Hadi, Hadi. Hadi. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft, Yufmanne. Sehr gut. Guten Morgen, alle. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Die ganze Influencer sind hier am Start. San Bibo, die größte Influencerin hier. Die beiden sind aus Argentina. Argentina. Auf einem Haufen an einem Projekt mit so vielen verschiedenen Leuten arbeiten zu können. Wir haben gerade schon gehört, die sind alle verheiratet. So eine komplett andere Konstellation. So Pärchen, auch mega nice kennenzulernen. Bis jetzt können wir ja nur Kane und Pia aus Australien, die wir übrigens auch noch besuchen müssen. Ich habe schon mit ihm geschrieben, wo er gesagt hat. Ja, gerade in Paris, in Europa. Schauen wir doch mal. Alter, ich bin so ein bisschen aufgeregt jetzt. Guten Morgen. Guten Morgen, ey. Ken, wassup? Wie geht's, buddy? Wie geht's? Wie geht's? Ist alles gut vorbereitet? Ich hoffe so. Wenn wir nicht, dann sind wir in einem großen Traum. Ich bin richtig müde. Ich merke diese vier Stunden Schlaf, ehrlich gesagt. Sint fertig, noch nöse Haare. Deswegen stand der Cap hier aufgesetzt. Du siehst gut aus, Schatz. Vor allem jetzt gleich in der Maske, da kennt man gar nichts mehr. Ist das ihr? Das ist mir. Genau. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe Sint das auffälligste Kostüm. Oh mein Gott. Guck mal, was ich kriege. Sieht man das schon? Ja, deswegen. Das ist ja, sie kriegt das. Ich freue mich ja mega. Ich krieg das. Wie süß ist das denn? Siehst aus wie Minimaus. Voll. Ich sehe aus wie Minimaus. Das ist schön. Lass mich kurz überlegen. Äh, nein. Das lustige ist, diese Zöpfe sind so stramm gezogen, dass ich ein automatisches Pacelift habe. Das sieht fast so aus, als wäre mein Baby fertig. Ich fühle mich wie so eine Disney-Figur in so einem Phantasialand. Oh süß. Das war so eine tolle Erfahrung, auch wenn um dich herum einfach so 10 Leute sind und alle fuchteln da rum und machen irgendwas. Die eine hat immer voll ihre Vision und dann so, oh nein, das muss aber so und so. Mega geil. Ich war ja vorhin schon ein bisschen am Set. Warst du auch schon da? Nee. Sieht so heftig aus. Wow, oh, they hased everything. Hier ist das Team. Gucken wir mal. Alright, he needs help guys. Dude, this looks crazy. Weißt du, was das krasseste ist? Die haben sich für den heutigen Tag hier eine komplette Motion-Control-Anlage zusammengebaut und haben eine Phantom 4K reingebracht. Das ist eine super Slow-Mo-Kamera mit der Sie mir über 1000, 1500 Phantom. Das wird nachher aussehen wie im eigentlichen Film, für den wir hier sind. Das ist aufregend, ich will nur noch Filme drehen. Wenn wir hier irgendwas drehen, dann müssen wir organisieren, dann müssen wir das und das besorgen, dann müssen wir aufbauen. Das ist auch im Vergleich, auch einfach so, so klein. Kommt hier ans Set und ist alles fertig. Oh, Catering, ich geh mal kurz einen Kaffee holen. Hier sind ja auch locker, weiß ich nicht, 50, 100 Leute, die alles organisieren. Allein schon dieses Set, das ist mega krass. Vielleicht sollten wir mal ganz kurz erzählen, worum es geht. Man sieht es hier im Hintergrund schon. Natürlich geht es um den Film Thor. Ja, stimmt. Wir haben es noch die ganze Zeit gar nicht gesagt. Das ist richtig. Und diese Stadt wird auch ein sehr wichtiger Teil des neuen Thors sein. Das ist die Stadt Saka. Nicht Saka, sondern Saka. Das heißt, wir drehen jetzt hier gerade eine Szene und wir werden dann auch im Kino zu sehen sein. Oder? Okay. Mal gucken. Wenn ihr dafür seid, dass wir auch im Kino drin sind, schreibt Hashtag Chivo im Kino in die Kommentare. Ich kann nicht auf Toilette gehen, denn dieses Kostüm ist ein Einteiler. Das ist so derbe klein, um es über den Kopf zu ziehen und wegen diesen riesen Dingern würde das gar nicht funktionieren. Deswegen trinke ich auch nicht. Oder du müsstest dir da ein Loch reinschneiden. Und wir haben gesagt, ach, piss einfach durch. Ich finde, du siehst einem ein bisschen aus wie so ein K-Pop-Singer. Seh dich einmal. Schau dir mal einmal deine Schuhe. Parcell. Mega sexy. Schau mal, das finde ich richtig schön. Hier wird einfach bis ins Detail gedacht. Das Schöne ist, wir beide bekommen eine etwas mehr bedeutendere Szene. Einer der Hauptszene. Richtig schön, slo-mo, knackig, 1500 Frames, Phantom, bang. Was auch immer passieren wird, wir werden es gleich. Ich liebe deine Schuhe. Danke. Thank you. Awesome. Ich nehme noch eine extra Speicherkarte mit. Die Karte hast du. Wow, Baby, wie siehst du denn aus? Richtig hübsch. Dankeschön. Alter, ich glaube, ich muss noch mal überlegen, ob ich was anderes anziehe. Hast du die Karte, Liebling? Die Speicherkarte? Nein, die Zimmerkarte. Hä, die hattest du doch gerade. Nein, ich hab's gesagt, die hast du. Okay, alles klar. Wir waren spät dran. So, liebe Freunde, es geht schon weiter. Wir haben einen kleinen Zeitsprung jetzt gerade reingebracht. Der Dreh gestern war der Wahnsinn, hat uns aber auch mental komplett auseinandergenommen. Und wie lange haben wir gedreht? Auf 16 Stunden roundabout. Vor allem wenn man überlegt, dass es wirklich nur so ein kurzes Video ist. Aber es war halt so mega professionell mit einem riesen Team. Die Erfahrung war auch wirklich nice. Zuhause angekommen sind wir direkt ins Bett gefallen. Deswegen haben wir gar nicht mehr geschafft irgendwas zu drehen. Sorry. Wir sind jedenfalls durch mit diesem Großprojekt. Hat super viel Spaß gemacht. Dankeschön nochmal an Disney, dass ihr das so in diesem Ausmaß für uns vorbereitet habt. Das fertige Video kommt am Samstag auf dem Kanal von Shingling. Was jetzt kommt, ist auch nochmal richtig krass. Denn wir werden die Möglichkeit haben, bei der Premiere von Thor Ragnarok dabei zu sein. Mit Red Carpet und mit den Acts, also mit Chris Hemsworth. Genau. Ich bin so super schlecht, was Schauspielern am Abend angeht. Ich bin schon so aufgeregt. Denn wir haben die Möglichkeit Thor vorab schon zu sehen. Deutschland kommt Thor, glaube ich, erst am 31.10. in die Kino. Wo hast du denn die hübschen Schuhe her? Die sind von hier. Die haben wir gestern auch richtig spontan gekauft. Das ist voll so eine Glasschule. Woosch! Es ist halt, dass wir mit Disney hier sind. Das heißt, sie klären immer, tanzt halt ab, das geht ganz schnell. Thank you. Wir sind dann wieder zurück im Hotel. Okay. Ich bin überwältigt. Ohne zu pushen. Mega. Es war ein Fest. Einfach. Und ich, noch kurz vorher, ich muss pieseln, kann ich jetzt noch aufs Klo gehen? Ich mach die Tür gerade auf und dann seh ich mir noch kurz, wenn es dunkel ist. Direkt angefasst. Ich lauf in die schnell schniedel in die... Fertig. Der Film hat begonnen. Ich muss ja wirklich sagen, ich bin nicht der allergrößte Marvel Fan. Aber die letzten Filme sind einfach so nice. Genauso wie Guardians of Galaxy 2. Es ist halt richtig, richtig so ein Comedy-Film. Du lachst dich tot. Das wird so langsam deinen Humor, ne? Ja. Und vor allem die Special Effects, die sind einfach jedes Mal, du denkst dir, what the fuck. Was passiert hier gerade? Das Highlight war natürlich Chris. Schatz, ich liebe dich. Chris hat mit mir geflirtet. Ich wünschte, ich könnte sagen, den laber hier nicht rum. Aber ich hab's auch gemerkt. Er hat auf jeden Fall gut mit dir geflirti murti. Wenn ihr die Möglichkeit habt, euch diesen Film anzuschauen, wir haben hier auch kein Geld für gekriegt. Natürlich sind wir eingeladen worden und wir sind jetzt hier ganz nach Sydney gekommen. Aber wir müssen wirklich sagen, dieser Film ist heftig. Wirklich heftig. Weil das ist nicht mehr dieses nur Marvel-Fans feiern diesen Film. Sondern wirklich alle Menschen, die irgendwo Humor haben, die auf geile Witze stehen, die auf eine geile Produktion stehen, können sich das reinziehen. Es ist einfach derbe, derbe gut. Wir werden morgen auch nochmal mit dem Regisseur sprechen. Der hat da wirklich sein kreatives Gehirn ausgeschüttet und hat was geiles geschafft. Ich sag mir, Teufels Arnos. Ja wie geil, wirklich. Muss man sich geben, hat auf jeden Fall super viele Gags. Wir werden jetzt komplett zerstört ins Bett fallen. Wir sind morgen früh direkt schon wieder beim nächsten Meeting. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ich hoffe es hat euch gefallen. So ein paar coole Impressionen, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Wir sind sowieso super happy, wie sich das Ganze gerade entwickelt. Ja, wir haben schon richtig viele Views und wir haben auch schon 15.000 Follower, glaube ich. Vielen lieben Dank, ihr Süßen. Wir freuen uns wirklich. Abonniert, gerne, um nichts mehr zu verpassen. Und sonst auch die Glöki aktivieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.